Zuerst fülle ich dieses Glas randvoll mit Wasser. So, jetzt nehme ich ein Stück Papier, lege es hier drauf, so, und jetzt drehe ich das Ganze um, so, und lasse das Papier los. Wir stellen fest, dass das Papier nicht runterfällt, obwohl doch diese Wassermasse durch das Gewicht auf dieses Papier drückt. Welcher ist der Hintergrund der Geschichte? Das Glas ist hier dargestellt. Es ist randvoll mit Wasser gefüllt bis auf diese Höhe h. Jetzt nehmen wir diesen Deckel, legen ihn auf dieses Glas, drehen das Ganze um und stellen fest, dass der Deckel nicht runterfällt durch seine Gewichtskraft, obwohl doch auch diese Wassersäule von oben auf den Deckel drückt. Wieso fällt dieser Deckel nicht runter? Die Antwort liegt in der Lufthülle, die unseren Planeten Erde umgibt. Diese Lufthülle nennen wir Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre herrscht der sogenannte atmosphärische Druck oder auch der Luftdruck. Und dieser Luftdruck drückt stärker auf diesen Deckel als diese Wassersäule. Somit ist das Geheimnis gelüftet. Das Geheimnis gelüftet ist das Geheimnis gelüftet. Das Geheimnis gelüftet ist das Geheimnis gelüftet. Untertitelung des ZDF, 2020